Ich schau auf den LTV mit dem Lego-Automaten hier in München, der steht nicht weit weg vom Mediamarkt-Automaten und den wir gerade zufällig entdeckt. Bei unserem Spaziergang hier könnt ihr sehen, vor Weihnachten natürlich Legos sehr, sehr beliebt und es gibt viele verschiedene Sachen, die man hier kaufen kann und ganz normal, wie am anderen Automaten, kommt dann so ein Arm, nimmt das Ganze und wird das Ganze dann hier unten natürlich ausschmeißen. Wir haben hier einen Tatsuki, bei dem man hier wirklich alles wunderbar auswählen kann. Er reagiert gut, schnell und wenn wir hier etwas ausführen, dann können wir hier noch dazu auch natürlich einen Testbericht lesen, das Ganze in der Zoom genauer anschauen, sofort kaufen, Produktinfo und weitere Bilder anschauen, was für Einzelteile drin sind. Wirklich sehr schön, also man muss nicht nur unbedingt Lego-Online kaufen, sondern kann es auch direkt aus dem Automaten und oben ist auch noch eine kleine Werbeanblendung und ja, vielen Dank für Zuschauer Mandel TV. Das war der Leg-Automat hier am Münchner Hauptbahnhof. Bis zum nächsten Mal.